PME-Familien-Service-Company-Kids-Backup Die PME-Familien-Service-Backup-Notbetreuung ist wie ein Fels in der Brandung. Die Eltern können sich immer auf uns verlassen, können immer auf uns zurückgreifen, wenn Notfälle anstehen. Betreuungseingpässe kommen schneller als man glaubt. Plötzlich benötigen Eltern eine zuverlässige Kinderbetreuung und das klappt bei uns auch von einem Tag auf den nächsten. Hey ihr zwei, na wie geht's euch? Alles gut? Seid ihr gut hergekommen? Die Eltern kommen in die Einrichtung mit den Kindern und füllen einen Check-in-Bogen aus, auf welchem sie beispielsweise Anmerkungen zu Allergien angeben können und vor allem die Telefonnummer, auf welcher sie am besagten Tag am besten erreichbar sind. Und dann geht's auch schon los. Also das Backup ist für mich eine ganz, ganz wichtige Stütze im Hintergrund, um meiner Berufstätigkeit so nachzugehen, wie ich das gerne möchte und trotzdem die Kinder sehr gut betreut zu wissen. Es gibt immer Situationen im Arbeitsalltag, wo der normale Kindergartenplatz einfach nicht ausreichend ist und da weiß ich einfach, es reicht am Vorabend Bescheid zu sagen und die Kinder sind am nächsten Tag herzlich willkommen und werden extrem gut betreut. Das genieße ich sehr. Das ist gut. Die Kinder können bei uns an verschiedenen Angeboten teilnehmen, kreativ werden oder in dem Bewegungsbereich. Und die Kinder erzählen auch sehr gerne von den Ausflügen oder was sie halt gespielt, gebastelt oder gemalt haben und die Ergebnisse bekomme ich dann ja auch abends präsentiert. Die Kinder bekommen hier eine Vollverpflegung. Es gibt Frühstück, Mittagessen, eine Obstzeit und auch Abendbrot. Tja, also eigentlich alles, was das Kinderherz leuchten lässt. Die bundesweiten Backup-Einrichtungen des PME-Familien-Service stehen Mitarbeitern unserer Kooperationsunternehmen an 365 Tagen bei allen Betreuungseinkpässen rund um die Uhr zur Verfügung. Untertitelung aufgrund der Vera Viertelung